Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe heute ein ganz besonderes Thema am Start, nämlich dieses Text-Pack, was ihr hier schon sehen könnt. Das wird voraussichtlich mein 300-Abonnenten-Pack, also alle nochmal schön rein abonnieren, damit wir die letzten 15 noch schaffen. Ja, ich habe in letzter Zeit relativ wenig Videos gebracht. Ja, ich hätte einfach irgendwie ein bisschen wenig Motivation, aber jetzt fange ich wieder damit an, ein paar mehr Videos zu bringen. Ich möchte aber auch nicht zu viel versprechen, was ich dann am Ende gar nicht halte. Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Sehr gut. Ich spiele übrigens auf dem Play Infinity Server. Play Infinity.net ist das, glaube ich. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum in letzter Zeit immer alle irgendwie Mädchenskins haben. Das ist doch total bescheuert. Ich meine, warum sollte sich jemand, der gar kein Mädchen isst, so ein Mädchenskin machen? Wo ist der überhaupt? Das dumpfe Gefühl, dass er auf dem Weg zu mir ist. Ja, da ist er. Oh, ja, da ist er gestorben und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. So, da sind wir jetzt in der zweiten Runde wieder zurück. Ähm, ja. Ich werde das Pack dann wahrscheinlich, ähm, entweder einen etwas größeren YouTuber fragen, der auch irgendwie Creator ist auf Apple24 oder sowas, damit ich das da hochladen kann. Oh, weiter. Oder, ähm, ich werde es irgendwie auf einer kleinen Website, wo man nicht extra Creator sein muss, um ein Textpack hochzuladen. Vielleicht ist es dann da hochladen. Mal gucken. Aber erstmal müssen wir jetzt 300 Abos schaffen. Wie auch bestimmt einige von euch schon mitbekommen haben, habe ich auch zwischendurch, also ich habe den noch in-game immer noch, aber ich habe auch schon meinen Skin wieder geändert. Ähm, habe ich mir einen anderen Namen zugelegt. Und zwar, ähm, habe ich mich Callflow Jr. genannt, nach meinem Bruder. Das ist bestimmt einige Wissen, dass Callflow hat bald 2000 Abonnenten. Ja, aber ich habe dann auch auf Instagram eine Abstimmung gemacht. Ähm, ob ich Paulus Paul heißen soll oder lieber Callflow Jr. Also es ging so ein bisschen hin und her. Aber dann am Ende war es ganz knapp 51 zu 49 Prozent. Glaube ich. Also auf jeden Fall hat Bombs Power YouTube wieder gewonnen. Ähm, ist der jetzt auf dem Weg zu mir oder was? Okay, ich gehe schnell gucken. Okay, ich gehe schnell gucken. Was ist denn? Ach, da ist er. Scheiß. Gut, ähm, werde ich hin, wo wir Suicide müssen oder sonst was. Das stomp mich jetzt locker wieder. Oh, meine Sicht kostet mich echt. Oh, ja. Schön. Rechnung und Glück gehabt's. Hier auf dem Server gibt's auch, was ich persönlich echt cool finde. Für, ähm, für einen Bronze gleich vier Blöcke. Das ist ziemlich okay. Auch wenn ich glaube, dass die Final Sacer mittlerweile auch so ist. Oh Gott, was hast du gemacht? Da hat er nur Blöcke dabei oder was ist das mit dem? Ach du Scheiße. Ja, da ist ein Stick dabei. Ja, ansonsten darf ich auch gar nicht mehr so viel anzusprechen. Ich werde den Namen auf jeden Fall nächsten Monat wieder ändern. Oh mein Gott, da habe ich nur wirklich Glück gehabt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, nein. Was gibt denn für Hits? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Pack ist auf jeden Fall im blauen Style gehalten. Also einige Sachen sind noch unbearbeitet. Zum Beispiel, ähm, der Bogen oder irgendwie Spinnweben. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Pack in die Kommentare schreiben. Also CopWave hat sich jetzt noch komplett unbearbeitet. Kann man hier eigentlich reducen auf dem Server? Ich kann grad überhaupt nicht abusen. Also... Ach Gott, nein. Mein Gott. Er lebt noch, ne? Ja, er brennt. Er brennt sehr schön. Ja, hat sich umgebracht. Gut, ähm, ja, ich werde das Pack auf jeden Fall bei 300 Abos releasen, die wir hoffentlich bald geknackt haben werden. Oh mein Gott. Okay, das wird jetzt... Nein. Oh, was gibt er mir immer für Hits? Wenn ich bei ihm in der Base bin, dann gibt er mir solche Hits. Seht ihr, was ich meine? Nein. Das ist doch echt... Ja, also mir persönlich gefällt der Stick auch besonders gut. Also, ich glaub, der ist wirklich komplett selbst gemacht. Bei den Blöcken bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die selbst gemacht sind. Nein. Er lebt noch hier, tut er. Er ist nicht mehr. Jut. Gott, ich muss ja was essen. Ja, der einzige Nachteil an dem Server, wie ich finde, ist, dass man hier ziemlich schnell Hunger bekommt. Nein, 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 nein. Diese Runde geht irgendwie nie zu Ende. Okay, das wird ein langes Video werden. Ich werde mal sehen, was ich da zu Ende schneide. Er lebt. Er. 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 Nein, nicht mehr die Lava schossen. Oh mein Gott. Alter. Junge. Oh mein Gott, nein, nein. Wir brennen. Oh mein Gott. Ich fiss gerade irgendwie richtig rein. Also der ist auf jeden Fall nicht so is wie der da war. Ich muss was essen. Der ist richtig low. Die einzige Möglichkeit. Mein Gott, alter. Er hat mir jetzt auch den Fersen. Aber ich hab sein Bett jetzt auch endlich. Das ist ja da oben. Nein. Nein. Aber sie ist schon mal so im Bett. Müssen wir nur noch einmal kennen. Was ist auch mit dem Video. Also. So. 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 oh mein gott nein nein gut dann war es mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen schreibt mal eure meinung zu dem pack in die kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten video